Okay, und jetzt? Nee. Hö? Ich glaube nicht, dass wir durch diesen Lüftungsschacht passen. Wo geht's denn jetzt weiter? Was leuchtet denn? Ach, ein Schlüssel. Ha! Ha! Hätte ich wissen müssen. Die bleiben stabil. Okay. Ha! Ich bin nicht schreckhaft. Gut. So, weg damit. Huch! Ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich. Ach, scheiße. Ach, guck mal. Die TPS-Reports, die kennen wir ja auch noch. Und das Java-Buch kennen wir ja auch noch. Alter, ich bin wirklich hässlich. Scheiße. Macht sich der Zombie hier einfach einen gemütlichen Abend? Okay. So. Ich nehme mal ein, seine Beine werden nicht plötzlich lebendig. Ich will da gar nicht runter. Ich gehe mal zur anderen Tür. Die bestimmt abgeschlossen ist. Natürlich ist sie abgeschlossen. Okay. Na, Gott sei Dank. Äh, ich dachte schon. So, ich warte mal ganz kurz, bis wir ein bisschen Licht haben. Äh, Taschenlampe? Ah! Alter! Blöde Kuh! Ich glaube, der junge ist Organspender, wie der aussieht. So, ich würde jetzt wirklich hier gerne runterkommen. Alter! So. Hm! Boah, diese Taschenlampe, kann ich nicht mal ein bisschen länger halten? Ich will hier nicht weiter holen, Taschenlampe. Hallo? Wenn ich daneben schieße, stirbt er. Na, das war so klar. Na, das war so klar. Ich habe ein Fahrrad, ich kann nach Hause fahren. Alter, wo kommen die denn her? Lass mich raus! Ich habe doch ein Fahrrad! Das ist ja sehr schön hier, aber wo kommen wir denn hier weiter? Und vor allem, wer will denn hier wohnen, ganz ehrlich? Ach, das geht gar nicht kaputt. Was steht denn in der Zeitung überhaupt? The Keegan Post. Keegan decides to save Hostages. Ah ja. Ist jetzt die Tür da offen? Hä? Ach, dahinter ist noch eine Backsteinmauer. Das ist ja gut gebaut hier alles. Ah, okay. Ah, verstehe. Aber nicht, wie man da rauskommt. Vielleicht kann ich ja auf dem Stuhl springen, bis ich da oben nicht. Ah. So, pass auf. Ich spring jetzt einfach rein. Hallo. Bitte nicht wieder schließen. Ah! Alter, ich hasse die Alte. Ich hasse sie so sehr. Blöde Kuh. Was macht denn der da? Ich glaube, der hat Gefühle. So, komm, Junge. Jackelt der in seinem Bein rum, oder was? Ist das so ein Fußfetischist? Ich will das gar nicht wissen, was der da macht. So, ich lass den mal. Nicht, dass der meinen Fuß auch noch anjackelt. Krankes Schwein. Ach, hier sind wir in... ...im Anfangsraum. Huch! Was ist denn hier los? So, da lebt nix. So, da lebt nix. Alter. Wieso haben Zombies eigentlich Muni? Habe ich gerade Muni gesammelt? Ich hasse Krabbel-Spastis! Scheiße, lad nix, lad nix so lange nach! Oh, oh. Alter, wie viele denn noch? Scheiße! Boah! Ja, Hauptsache der hat Spaß. Da kommen doch bestimmt gleich wieder neue. Ach, jetzt ist die Tür zu. Ja, na super! Ich kann auch rumspringen. Und hier ist ein Baum. Was fällt denn euch ein? Du kannst nicht von Nightmare House escape. Nightmare House, the Remake. Made by Han Mazolski. More credits in credits.txt Coming soon! Nightmare House 2! Was wir schon gesehen haben. Stay tuned! Wecreatestuff.com Tja, ich glaube, das war Nightmare House 1. E-Mail me, hanmazolski at gmail.com Viele Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, the end. Das war tatsächlich schon Nightmare House 1. Hat gerade mal für zwei Folgen gereicht. Und hier lädt da gerade wieder die Hintergrundgrafik. Deswegen musste ich am Anfang auch ein bisschen tricksen. Damit da erst das Bild zu sehen ist, was jetzt erscheint. Was jetzt erscheint. Was ich mal ganz kurz mache. Pass mal auf. Wir haben hier noch Original Nightmare House. Nightmare House 2 ist hier noch nicht mit drin. Ich starte mal ganz kurz das Original Nightmare House. Hier, Ladedaten. Mal gucken, was passiert.